Ja, Moin Moin Girls, Olli nimmt euch mal auf eine kleine Runde mit Richtung Freiburg. Tja, du bist unterwegs, ne? Ja, mal ein kleines Video von der Demo, wieder mal ein Moped-Video. Also, auf geht's. Ja, ich hoffe, euch geht's einem gut, da draußen. Bei mir ist eigentlich alles so weit in Ordnung, bis, wie gesagt, auf den ganzen Pandemie-Mist, da, man kann's nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Ja, Altarstelle, äh, vielen Dank. Ja, 88. Abonnenten von 89, glaube ich, natürlich echt super. An der Stelle natürlich, äh, ganz, ganz liebe Grüße an meinen Siggi. Ja, natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an meine Jana in Kelfra. Ja. Einfach mal alle Röntgen geworden. Von Wetter her, könnte okay, könnte ein bisschen wärmer sein, aber, naja, passt schon. Ja, und apropos Pandemie, beziehungsweise Demo, ja, möchte ich eigentlich hiermit sämtliche Biker in Laumburg an der Saale ansprechen. Vielleicht gehen wir ja gemeinsam, ähm, zur nächsten Demo am Samstag, 15.30 Uhr gemeinsam hinfahren. Ja, und da auch irgendwo zu zeigen, dass wir bei Goyenl auch da sind, ja. Ja, nicht schlecht, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn der ein oder andere sich meldet. Ja, wirklich eine, dann wirklich eine schöne Umgebung hier, ja, also kann man nicht meckern. So, okay, nach Freiburg fahre ich nicht. Ich mache jetzt gleich wieder rechts weg, die Umkehrung lang. Ich mache jetzt wieder rechts. Alles freindlich, ohne Schrödamer. Ich mache jetzt nicht mehr hier, weil ich nicht mehr hier, weil ich jetzt bin ich noch nicht. Also, mit dem, wir sehen, dass wir da noch ein paar Stunden lang. Ich mache jetzt die Ein-Musten, ein bisschen mehr so, weil ich jetzt weiß, was ich auch da war mal. Ja, ich habe jetzt��� euch Ora-Lon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon. Ja, ich mache es so, ichISE nicht mehr. Ich mache jetzt mal etwas nicht mehr, aber jetzt noch eine Spitze. Ich mache jetzt auch noch but normal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020